Riesda-Rente Das ist Anton ahnungslos. Der gute Mann hat leider überhaupt keinen Plan, was seine Altersversorgung angeht. Deswegen hat Anton Angst vor der Armut im Alter. Zu Recht. Schließlich weiß er, dass seine Rente am Ende nicht reichen wird, zumindest nicht für einen sorgenfreien Ruhestand. Eher ein Unruhestand, denkt sich Anton und recherchiert. Riesda, ja, das ist es, findet er am Ende, einer mühevollen Suche heraus. Doch was genau macht das Riesda, wie funktioniert es und was hat Anton davon? Hier ein wenig Licht ins Dunkel. Die Riesda-Rente ist wie auch die Rürup-Rente die sogenannte zweite Schicht der gesetzlichen Altersvorsorge. Neben der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersvorsorge bietet sie rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern und Selbstständigen die Möglichkeit, für ihre Zusatzrente zu sparen und davon vom Staat gefördert zu werden. Zu diesem Personenkreis gehören also beispielsweise Handwerker und über die Künstlersozialkasse versicherte Künstler, wie auch Bezieher von Arbeitslosengeld I und II, Krankengeldbezieher und dazu noch pflegende Angehörige, geringfügig Beschäftigte, Kindererziehende und genauso auch den Ehepartnern dieser Personenkreise. Riestern kann man in Form eines Bank- oder Fondsparplans, einer fondgebundenen Rentenversicherung, eines Pensionsfonds, einer Direktversicherung oder auch mit einer Pensionskasse. Wichtig ist, dass die Versicherung Riesda-zertifiziert ist. Das heißt vor allem, dass die Versicherungen den Kapitalerhalt garantieren und damit sichere Erträge am Ende der Laufzeit ausgezahlt werden. Apropos Auszahlung, Anton. Die erfolgt bei der Riesda-Rente immer in Form einer Leibrente, das heißt pro Monat. Teilzahlungen sind bis zu 30% der Versicherungssumme möglich. Andererseits fallen sowohl auf diese Teilzahlung wie auch auf die monatliche Riesda-Rente Steuern nach dem persönlichen Steuersatz und der jeweiligen Progression an. Dazu kommen Beiträge zur Kranken- und Sozialversicherung. Das Gute an der Riesda-Rente sind die staatlichen Zulagen. Jeder und jede, der oder die Riesda-Rente erhält Förderung vom Staat. Diese belaufen sich pro Person und Jahr auf 154 Euro. Pro Kind kommen nochmals 300 Euro hinzu. Bei drei Kindern wären das satte 1054 Euro von Vater Staat. Jahr für Jahr. Alleine durch diese Förderung kommt eine Menge Geld zusammen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die selbst geleisteten Zahlungen als Sonderausgabenabzug geltend zu machen und das in Höhe von bis zu 2100 Euro pro Jahr. Am Ende des Jahres rechnet das Finanzamt aus, was für Anton besser ist, die Zulagen kassieren oder seine Zahlungen steuermindernd geltend machen. Es kommt hinzu, dass Antons Riesda-Vertrag auch dann geschützt wäre, wenn er Hartz IV bezöge. Schließlich wird die bis dahin angesparte Summe nicht auf das Schonvermögen angerechnet und bliebe ihm in diesem Fall erhalten. Doch um etwas zu bekommen, muss Anton auch etwas geben. Mindestens 4% seines rentenversicherungspflichtigen Einkommens muss er in einen Riesda-Vertrag als Mindesteinlage einzahlen, um in den Genuss der vollen Zulagen zu kommen. Jetzt hat Anton Ahnung, denkt er. Dabei hat er leider noch nicht herausgefunden, welche Art des Riesda-Sparens denn die beste für ihn ist. Schließlich hat er gehört, dass der Garantiezins für Riesda-Neuabschlüsse von 2,25 auf 1,75% gesenkt wurde und er damit stark auf die Rendite der Sparpläne angewiesen ist, wenn er nicht das Risiko eingehen will, dass die Inflation ihm die garantierten Erträge wegfrisst. Außerdem weiß Anton, dass bei den jeweiligen Verträgen immer auch einiges an Kosten entsteht, das den Sparanteil und damit auch die Verzinsung schmälert. Keine Angst, Anton! Wir helfen Ihnen aus dem Riesda-Labyrinth, indem wir Ihnen klar und deutlich aufzeigen, wo Sie bares Geld sparen oder auch noch lukrativere Verträge finden können. Als Berater aus der Praxis und für die Praxis ermitteln wir gemeinsam mit Ihnen den für Ihre persönliche Lebensplanung besten Weg, um erfolgreich zu riestern und den vollen Umfang aller staatlichen Zulagen und steuermindernder Abzugsmöglichkeiten ausschöpfen zu können. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin und wir helfen Ihnen, die beste Lösung zu finden. Als fairer und verlässlicher Partner an Ihrer Seite stehen wir jederzeit gerne für Sie zur Verfügung.